Dieser Schock, den die Leute hatten. Mein Name ist Lady Diana Francis Spencer. Lady Diana. Lady Diana. Es muss eine Verbindung zwischen uns geben. Es muss eine Verbindung zwischen uns geben. Es muss eine Verbindung zwischen uns geben. Dass so ganz viele sich so ganz tief mit ihr verbunden gefühlt haben. Jeder normale Mensch hätte, glaube ich, gesehen, dass in diesem Moment nichts okay ist. Ich bin ein steigendes Anstoßes, auch für den Keminismus. Sagen wir mal so, wer ist schon Lady Diana? Sind wir nicht alle ein bisschen Lady Diana? Es war ein Gefängnis. Ich wurde nur benutzt. Benutzt! Benutzt! Ich bringe das Licht in die Scheiße seiner egeren Winterzimmer. Ich bringe das Licht in die Scheiße seiner egeren Winterzimmer. Ich bin nur ein Motive, wo alle deine Geschichten herumgezogen werden. Ich bin nicht die Geschichte der Diana erzählen. Das ist nicht mein Punkt. Ich bin nicht die Geschichte der Diana. Das ist nicht mein Punkt. Ah, ja, so schaut's aus. Es war einmal, ladies and gentlemen, es war einmal. Illusion is what is killing us.